Musik Erstmal Dankeschön Herr Zervas, dass ich hier ein bisschen was zur Fertigteilbauweise erzählen darf. In der Regel findet ja im akademischen Alltag die Halbfertigteilbauweise eher nicht statt. Insofern haben wir uns gefreut, dass an uns herangetreten wurde mit der Aufforderung zu diesem Vortrag. Weil ich denke, dass das Bauen mit Elementdecken und Elementwänden mittlerweile die Regelbauweise ist. Und insofern eigentlich akademisch... Bitte? Ja, da muss ich mich so schrecklich umgewöhnen. Ich rede ein bisschen lauter. So geht's, oder? Das halte ich durch. Ich brauche ja nicht so lange. Also das Bauen mit Elementwänden und Elementdecken ist, denke ich, mittlerweile die Regelbauweise. Seit 50 Jahren gibt es die Elementdecke, eher seit 60 Jahren. Seit 30 Jahren gibt es die Elementwände. Insofern denke ich, wird es auch Zeit, dass wir uns ein bisschen engagieren, um die Bauweise auch im akademischen Alltag ein bisschen zu verankern. Zu mir noch ein bisschen was. Also bei uns, die Firma ABI, macht derzeit 1,8 Millionen Quadratmeter Schale von diesen Wänden pro Jahr. Ist also eine unvorstellbare Zahl, wenn man die so eigentlich hört. Wir machen 300.000 Quadratmeter Elementwände, 1,2 Millionen Quadratmeter Elementdecken. Wer jetzt mit dem rechnenden Plot dabei war, der sagt, da sind ja nur 1,5. Da liegt aber dran, dass wir die Wand doppelt zählen. Die Wand besteht aus zwei Schalen, wie wir gleich sehen. Das heißt, die 300.000 Quadratmeter fertige Wand sind für uns in unserer Rechenweise 600.000 Quadratmeter Schale. Insgesamt würde ich sagen, dass wir 10 Millionen Quadratmeter Wände in der BRD ausliefern, mit allen Halbfertigteilwerken zusammen. Und wahrscheinlich so 40 Millionen Quadratmeter Elementdecke. Okay. Auch das wieder eigentlich unbegreifbar. Ich mache den Job seit fast 20 Jahren und ich frage mich, wo das ganze Zeug hingeliefert wird. Also da sind alleine bei uns, bei der ABI, im Jahr 3.750 Einfamilienhäuser umgerechnet. Oder halt, also wir haben auch natürlich Mehrfamilienhäuser und so was, aber umgerechnet auf Einfamilienhäuser kämen wir auf 3.750 Stück. Wir haben jedes Jahr 3.300 Einzelprojekte, die groß und klein sind. Also von der einfachen Garage bis hin zum Zentro Oberhausen haben wir früher mal gebaut. Den neuen Campus Uni Lippstadt haben wir gebaut. Also von klein bis groß. Wir setzen das Zeug eigentlich überall ein. Ich würde dann einfach mal einsteigen in den Vortrag. Ich habe mir eine kleine Gliederung überlegt. Ich möchte das heute nicht zu technisch halten. Also nicht nur für KIler ansprechend machen, sondern ich möchte eigentlich die komplette Facette abdecken. Das ist ja auch ein baubetriebliches Thema, weil ja natürlich das Zeug verbaut werden muss. Das heißt, Logistik steht dahinter. Gleichzeitig haben wir ein Baustoffkundethema drin. Der Beton, den wir einsetzen, ist sicherlich ein hochgezüchterter. Also mit normalen Baustellenbeton hat halt bei uns nicht mehr ganz viel zu tun. Und insofern komme ich hier zu einer Gliederung. Ich gehe zuerst auf die Elemente ein mit einer kleinen Begriffsbestimmung, einem Regelwerk der Herstellung und Ausführungsform und den Einsatzgebieten. Das gleiche machen wir einmal für die Elementwende. Dann werde ich kurz die Unterschiede Ortbetonbauweise halbfertig, Teilbauweise angehen. Und da werden Sie sehen, das ist ziemlich schnell abgefrühstückt. Also so viele Unterschiede gibt es da eigentlich nicht. Habe ich in einer Folie zusammengefasst und wird Sie sicher ansprechen. Zum Schluss hatte mir der Professor Servas gesagt, sollte ich eigentlich ein bisschen aus unserem Leben erzählen. Das habe ich mal die wirklich wichtigen Dinge aus dem Leben auch genannt. Und da erzähle ich ein bisschen was, fragen Sie, wenn Sie eine Frage haben und dann gehen wir da direkt drauf ein. Da ist sicherlich auch ein bisschen Schelte gleich bei, weil wir natürlich erstens alle Minderwertigkeitskomplex haben, weil wir in der Universität und in der Fachhochschule gar nicht behandelt werden. Und gleichzeitig haben wir natürlich auch mit den Architekten so unsere liebe Mühe. Die Begriffsbestimmung zur Elementdecke. Die Elementdecke ist ein Stahlbetonhalbfertigteil, das zusammen mit einer Ortbetonergänzung und einer statisch zuvorliegenden Querbewährung hinterher zusammenwirkt als monolithische Stahlbetondecke. Ich habe den Aufbau mal dargestellt auf der linken Seite im Beton, auf der rechten Seite den Beton mal etwas transparent dargestellt. Wir legen also die ganz normale Bewährung ein, die man so braucht. In Längsbewährung das, was die Statik so vorgibt. In Querbewährung 20 Prozent. Jeder, der Massivbau schon gehört hat, weiß das. Da halten wir uns also auch dran, weil das Zeug muss ja auch tatsächlich transportiert werden. Gleichzeitig ist das natürlich einer der Gründe, warum bei uns dann schon mal regelmäßig ein bisschen mehr Stahl verbaut wird als in der Ortbetonbauweise. Die Dinger, wenn Sie so am Kran hängen, wenn Sie mal an der Baustelle vorbeifahren oder durch einen Rohbau durchgehen, kennen Sie alle. Da sind die ganz normalen, ordinären, filigranen Decken, die eigentlich tatsächlich heute überall eingesetzt werden. Wir bauen die Platten nach Regelwerken. Da sind zum einen die Zulassungen der Gitterträgerhersteller zu beachten. Diese Zulassungen gibt es auch mittlerweile seit 50, 60 Jahren und die Zulassungen referenzieren immer wieder auf die DIN, also eigentlich noch auf die alte DIN von 1949, glaube ich, ist die erste DIN mal ins Leben gekommen. Und selbst da war schon die Halbfertigteilbauweise als Bauweise vorgesehen, weil es ja tatsächlich um eine Verbundfuge geht. Die hatte man damals auch schon und Regelungen gab es dazu schon. Es ist also so, dass die Zulassungen von diesen Platten nicht bei uns liegen. Manchmal herrscht ein Irrtum vor bei der geneigten Kundschaft, die meinen, schick mir doch mal deine Zulassung. Das habe ich gar nicht. Ich brauche auch keine Zulassung, weil wir beziehen ja unsere Gitterträger bei Zulieferern und die wirkliche Zulassungstätigkeit und Arbeit und auch diese Zulassung immer wieder auf den Stand zu halten, jetzt wo der Eurocode neu rausgekommen ist, das obliegt den Herstellern der Gitterträger, sodass wir uns da eigentlich hinten dranhängen. Auch an der Stelle schon wieder eine ganz interessante Sache, die der Markt einfach so ergeben hat. Wir als die Fachvereinigung der Halbfertigteilspezialisten haben eigentlich mit den Gitterträgerherstellern nichts an der Brause. Und wir betreiben auch mit denen zusammen keine Forschung. Das läuft tatsächlich komplett losgelöst eigentlich voneinander. Und wenn man bei einem Gitterträgerhersteller anrufen würde, wo soll es denn eine Filigranendecke anhängen? Dann wird der Ihnen sagen, das muss er mich nicht fragen, das weiß ich nicht. Ich bin Stahlbauer, ich mache keinen Betonbau. Und wenn Sie bei mir anrufen und sagen, wie viel Newton muss denn hier der Schweißpunkt von dem Gitterträger aufnehmen, dann weiß ich das auch nur eventuell, weil ich das gerade noch gelesen habe. Aber ich würde sagen, weiß ich auch nicht, ich bin ja kein Stahlbauer. Heißt also, wir haben da ein Produkt, was eigentlich so ein bisschen nach wie vor so durch die Gegend wabert und sich so richtig kann, dafür verantwortlich fühlt. Und wir haben uns daraufhin irgendwann zusammengesetzt mit einer Qualitätsgemeinschaft, in der wir sind. Das ist eine Qualitätsgemeinschaft mittelständischer Fertigteilwerke. Und haben dann das ganze Feld mal aufgerollt, sodass wir wenigstens heutzutage unseren Kunden Montageanleitungen, Verwendungsnachweise und sowas an die Hand geben können, dass da auch tatsächlich kein Unsinn mit passiert. Weil Unsinn passiert da tatsächlich alle Tage mit. Und wenn so ein Ding runterfällt, dann ist das einfach, so eine Platte macht große Löcher, wenn die runterfällt. Jetzt sind wir schon mal in Punkt 1.3, das ist die Herstellung. Wir stellen unsere Filigrandecken vollautomatisch her auf Umlaufanlagen. Das sind Fabriken, die angesteuert werden durch eine Leitrechner-Einheit. Die Leitrechner-Einheit wird angesteuert durch die CAD-Konstrukteure und die Arbeitsvorbereitung. Bei uns wird also im Gegensatz zu BIMS-Dealenherstellern oder Baustoffhändlern, die so Winkelstützwände herstellen, nichts auf Lager produziert. Wir produzieren tatsächlich in dem Augenblick, wo wir einen neuen Auftrag kriegen, jede Decke einzeln nach den Vorgaben aus der Statik, aus der Architektur, gegebenenfalls aus den Schlitz- und Durchbruchsplänen. Also jede Platte eigentlich ein Unikat. Klar, hast auch mal ein Doppelhaus dabei, das kannst du spiegeln. Aber meistens reicht dann der Kran nicht und eine Seite muss er doch noch teilen. Wenn wir die CAD-Arbeit beendet haben, bei uns im technischen Büro, also bei uns im technischen Büro, müssen Sie sich vorstellen, sitzen gut 20 Ingenieure und Bauzeichner. Mittlerweile mehr Ingenieure als Bauzeichner. Wenn wir also tatsächlich die technische Bearbeitung abgeschlossen haben, werden unsere Daten, unsere CAD-Daten in Leitrechner übergeben. Der Leitrechner belegt die Schaltische. Auf den Schaltischen wird, wie man links sieht, die abzuschalende Kontur mit einem Plotter zuerst aufgeplottet. Danach werden die, da sieht man hier, diese Magnetabschalelemente, werden von Robotern gesetzt. Das Eisen wird von Robotern abgelenkt und auch zurechtgelegt. Spezialgitterträger werden schon mal von Kollegen noch eingelegt. Ansonsten laufen in so einer halbautomatischen Deckenanlage fünf Leute rum. Der Rest ist da an der Stelle Robotik. Sodass bei uns in den Anlagen und bei uns im Werk sicherlich auch maschinenbauthechnisches Know-how immer wieder gefordert wird. Also da sind wir, denke ich, kein reiner Baubetrieb. Bei uns ist halt CAD, EDV insgesamt und Mechatronik ein großes Feld, in dem wir ständig auch optimieren und versuchen, uns da zu verbessern. Wenn wir dann die Herstellung soweit abgeschlossen haben, haben wir die verschiedenen Herstellungsformen und die Ausführungsformen, die wir so bauen können. Wir können also auf der einen Seite ganz normale Filigrandecken herstellen. Das sind die ganz normalen Pakete, die Ihnen auf den Autobahnen immer daran vorbeifahren. Wir können allerdings auch Balkonplatten herstellen. Hier eine Halbfertigteil-Balkonplatte. Wir stellen Treppenpodeste her. Hier auf die Auflagernasen würde im Nachgang die Treppe aufliegen. Vollfertigteiltreppen bauen wir auch. Und wir können auch dann, wenn die Kunden das mal gerne haben möchten, Spezialdecken liefern, mit denen man wie in diesem Fall zum Beispiel 6,50 Meter ohne Unterstützung frei überspannen konnte. Der Kunde baute hier ein Opiate-Tresor, in dem Opiate lagern für 1,2 Milliarden Euro. Hatte einen Riesenraum, 80 Meter lang, hinterher in der letzten Ausbaustufe, 6 Meter hoch oder 7 Meter hoch und 6,50 Meter breit und kam da halt, weil das eine Hallenbebauung war, von oben nirgendwo mehr bei, um irgendwas zu unterstützen und irgendwas zu machen. Haben wir ihm das hier geliefert und der war wirklich gut zufrieden. Alle diese Decken hier, wie man die so sieht, haben wir jetzt auf der einen Seite nach der Zulassung gebaut und auf der anderen Seite nach den Regelwerken, die wir zusätzlich noch so im Bauwesen für uns haben. Wenn Sie sich überlegen, diese Decke hier, die wird natürlich vorne thermisch getrennt werden müssen, heißt an der Stelle spielt dann gegebenenfalls eine Zulassung von Schöck-Iso-Körben oder Halfen-Iso-Körben noch eine Rolle. Diese Decke hier spricht für sich, die ist zuerst mal gerechnet, ganz normal nach DIN 1045, für den Montagezustand. Der Balken hier, dieser Höcker trägt den Montagezustand, für den Frischbeton, der Ortbeton kommt noch drauf und dann trägt auch die Decke. Diese Decken hier sind jetzt tatsächlich, ist so bei uns das normale, das ganz normale Deckenzeug, das ist einfach nur Zulassung. An dieser Stelle, wenn man dann tatsächlich das Ding schon, wenn man sich das ein bisschen damit auskennt, sieht man schnell, da sind noch ein paar unterschiedliche Gitterträger drin. Dieser hier, dieser Gitterträger, der hier lang läuft, hat andere Diagonalneigung als der Standard-Gitterträger, sodass an der Stelle wahrscheinlich höhere Lasten runterkommen. Die Decke ist vielleicht dynamisch belastet und insofern legen wir dann auch die passenden Bewährungen ein. Wir haben die Einsatzgebiete, da kommen wir jetzt zu dem gerade besprochenen Opiatetrans-Tresor. Das war dieses Ding hier, der wurde dann hinterher in diese Richtung hier aus der Tafel raus noch weiter gebaut, ist halt hier sieben Meter hoch, oben war nichts mit Kran, konnte man nichts machen, das Dach war drauf und die Deckenplatten konnten hier nicht mehr abgestützt werden, sodass die halt frei tragen mussten. Das ist sonst bei normalen Filigrandecke, ist das schnell vorbei, das Thema. Also normale Filigrandecke müssen Sie unterstützen, so alle 1,50 Meter bis 3 Meter, sodass das hier doch ein ganz interessantes Objekt für uns war. Wir setzen die Filigrandecke, wie Sie hier sehen können, bei Flachdecken ein, also auch die Flachdecke, die ja mittlerweile präferiert wird, sage ich mal so von den Architekten, weil sie keine Unterzüge haben. Bauen wir mit der Filigrandecke, gibt zusätzliche Bewährungseinbauteile, die wir dann einbauen, um den Schub aufzunehmen. Heutzutage kein Problem, noch vor fünf Jahren, Sie kennen das wahrscheinlich auch aus Ihrer Statikzeit, hätte jeder Prüfingenieur die Nase gerümpft und hätte gesagt, mein Freund, das machen wir mal lieber in Ortbeton. Haben wir tatsächlich mittlerweile so weit, dass wir die auch bauen und dann natürlich das ganz normale Zeug, was man so baut, das ist eine Baustelle in Rauenheim, da hat die Lufthansa ein großes, großes neues Distributionszentrum gebaut. Da haben wir auch die Filigrandecke gebaut. Damit sind wir bei der Filigrandecke soweit durch. Elementwände bestehen, habe ich gerade erzählt, als ich unsere Zählweise dargelegt habe, aus zwei Filigrandecke, die Bauseits und die Werkseits miteinander verbunden werden. Müssen Sie sich hier vorstellen, wir bauen in diesem Fall als erstes diese Schale wie eine ganz normale Filigrandecke. Im Nachgang, wenn die acht Stunden hart geworden ist, bei uns im Werk, würden wir die umdrehen und in eine zweite frische Schale, die wir dann just in time auch betoniert haben, reinwenden. Ist quasi wie Waffelbacken. Erst die erste Schale, hart werden lassen, rausfahren, zweite Schale. Sodass sich damit auch schon eigentlich die Begriffsbestimmung erübrigt. Elementwände bestehen aus zwei vorgefertigten Betonfertigtalschalen, die durch Gitterträger werkseitig verbunden sind. Wichtig ist, wichtig ist an dem Punkt, und das ist in der Zulassung auch so festgehalten, und das ist tatsächlich auch, denke ich, anerkannte Regel der Technik, am Ende wirken die Elementwände wie monolithische Stahlbetonwände. Das gibt die Zulassung so her und das nimmt auch schon wieder eigentlich der Ortbetonbauweise, die von einigen ja nach wie vor präferiert wird, den Wind aus den Segeln, weil es ist tatsächlich so, wir können eigentlich, wenn wir wollen, fast jedes Wandsystem als Doppelwand abbilden. Es gibt sicherlich Situationen, da macht das keinen Sinn mehr, eine Doppelwand einzusetzen. Machbar zuerst ist es aber höchstwahrscheinlich schon. Da sind dann ein paar Bilder von den Doppelwänden, so wie wir sie bauen, so kennen Sie sie auch von den Baustellen, wenn Sie heutzutage auf einer Hochbaustelle vorbeifahren, dann hängen dann diese Wände so im Kran, wir bauen da Ausheberanker mit ein, so dass man die am Stück, also nicht zwei Einzelteile, sondern am Stück montieren kann. Direkt vom LKW werden die Dinger nach Möglichkeit auf die Baustelle gehoben und direkt an den Einbauort auch eingebaut. Wie gesagt, wir bauen da auch mittlerweile andere Dinge mit, also nicht nur ganz normale Kellerwände, da kommen wir hinterher auch noch zu, sondern auch, wenn es um wandartige Träger geht, schon mal interessantere statische Baufarmen, auch da wäre bis vor zehn Jahren wahrscheinlich kaum ein Prüfingenieur mitgegangen, weil die Skepsis gegenüber der Bauweise schon da war und bei einigen, gerade bei den älteren Kollegen, auch nach wie vor da ist. Und dennoch hat sich natürlich die Bauweise, gerade dann, wenn es um Industrie- und Gewerbebau geht, einfach durchgesetzt. Wenn man, hier ist ein Trinkgutmarkt, die stehen ja allenthalben in der Landschaft herum, Außenschale aus Beton, dann zwischendurch haben wir ein bisschen Dämmung eingebaut, da sieht man hier weiß und dann die Innenschale wieder vollbetoniert. Das ist also zur Zeit der Burner, da bauen wir tatsächlich Schweineställe mit, Trinkgutmärkte mit oder Gewerbebauten mit und weil das so schön ist, habe ich mein Haus da selbst auch von gebaut. So, Regelwerke. Bei der Doppelwand sieht es so aus, dass zum einen auch wieder die Zulassungen vorliegen von den Gitterträgerherstellern, zum anderen hat auch der Eurocode einige Regelungen für uns parat, die betreffen aber wieder hauptsächlich die Verbundfuge, so wie bei der Elementdecke auch. Bei der Wand kommt aber dazu, dass wir unter anderem regelmäßig die WU-Richtlinie natürlich zu berücksichtigen haben und die DBV-Merkblätter. Also die WU-Richtlinie als Richtlinie regelt den Einsatz der Wände, dann wenn es um weiße Wannen geht, ist gerade in der Novellierung, ist noch nicht durch glaube ich, oder? Ist noch nicht durch, ne? Auch da wird mittlerweile die Doppelwand als Regelbauweise ganz normal vorgesehen. Bei den DBV-Merkblättern haben wir es manchmal etwas schwieriger, da arbeiten natürlich auch nicht nur Bauingenieure mit, sondern Interessensvertretungen, sodass die uns da schon ganz gerne manchmal raushalten. Die Herstellung ist jetzt eigentlich das Interessanteste an der Stelle. Zu der CAD-technischen Aufbereitung gilt das gleiche wie bei der Elementdecke. Jedes Einzelteil wird einzeln gezeichnet, wird einzeln elementiert und an den Leitrechner übergeben. Der Leitrechner leitet den Palettenumlauf. Die Paletten sieht man hier auch mal ganz schön. Hier ist die Betonierkammer hinter, das heißt hier vorne wird ein bisschen Eisen verlegt, wird vorher abgeschalt. Man sieht hier die Abschalelemente, hier hinten die Wand ist schon fertig abgeschalt. Das Eisen liegt schon drin. Danach wird automatisch betoniert. Also der Betonverteiler wird bei uns auch automatisch angefahren. Es wird immer nur so viel Beton angemacht in der Qualität, wie wir es auch tatsächlich gebrauchen können. Das heißt, so ein ganz normaler Betonkübel, bei uns ist ein 1,2 Kubikmeter groß und der läuft halt den ganzen Tag. Wir machen den Beton und das machen eigentlich alle großen Fertigteilwerke heutzutage so, komplett selber. Wir haben da keinen Betonlieferanten dran. Wir haben unsere eigenen Rezepturen, weil die natürlich ja auch ein bisschen, habe ich gerade schon gesagt, eingangs gesagt, etwas hochgezüchteter sind als normaler Baustellenbeton. Wenn Sie bei einem normalen Baustellenbeton, wenn Sie ein C2530 haben, die 25 Newton nach 28 Tagen erzielen müssen, erzielen wir mit dem Beton, der hier eingebracht ist, die Beton, also 18 Newton innerhalb von 8 Stunden, weil dann wird das Zeug bei uns hier schon wieder abgehoben und in die nächste Schale eingewendet. Und das Zeug wird ja nicht halten, wenn das nicht irgendwo zwischen 12 und 18 Newton hat. Sodass an der Stelle einfach nur mal für die Bauleiter, für die Bauleiter in Späh, an der Stelle muss sich jeder Bauleiter natürlich überlegen, warum er bei uns für einen C2530 oder einen C3037 einen Mehrpreis bezahlt. Einen C2530 können wir gar nicht, weil der Beton, wenn der hier nach 8 Stunden 16 Newton haben soll, Sie kennen wahrscheinlich die Erhärtungsformel vom Beton, die läuft so wurzelförmig. Einen Beton, der hier gerade noch am ansteigen ist, der nach 8 Stunden 18 Juden haben soll, dem können Sie gar nicht sagen, hör bei 25 mal auf. Das heißt C4050. Wird das bei uns in der Regel werden. Ich tue mir richtig schwer, einen C2025 zu bauen. Wir haben das schon mal versucht, aber dann hat das Werk drei Tage stillgestanden, weil der Beton nicht hart wurde. Also insofern, kleiner Tipp fürs Leben, denken Sie dran, wenn Sie die Rechnung von uns kriegen. Die Einsatzgebiete. Wir haben auf der einen Seite die ganz normalen bewährten Einsatzgebiete, habe ich jetzt gerade auch schon mal drüber gesprochen. Wir bauen natürlich ganz normal Keller. Gleichzeitig war früher so eine Lückenbebauung immer mal wirklich ein Einsatzbereich für uns. Also ist nach wie vor, gerade in Süddeutschland, ist das und das nach wie vor der Regeleinsatz. Ich weiß nicht, woran das liegt, aber in Süddeutschland tut man sich mit dem Hochbau nach wie vor etwas schwerer. Also in Süddeutschland wird das regelmäßig in der Hangbauweise, als Hanglage wird der Betonkeller eingesetzt. Bei uns ja eigentlich mittlerweile alles so. Überall, also Köln, Aachen, Bonn, Düsseldorf und dann noch höher in den Norden, wo ich herkomme, bauen wir alle so, weil wir ja tatsächlich zwei Meter unter Geländeroberkante regelmäßig Grundwasser anstehen haben und dann bist du natürlich mit dem Betonkeller gut aufgehoben. Neue Einsatzgebiete und deswegen auch etwas innovativer sind die, die ich hier mal dargestellt habe. Also zum einen haben wir hier auf der rechten Seite ein Doppelhäusken. An dem Doppelhaus haben wir tatsächlich alles mal in Beton gebaut, das Steildach auch, hat 45 Grad und heutzutage Betondächer sind wirklich eine tolle Sache für den sommerlichen Wärmeschutz. Wird also kommen und wir bauen mittlerweile auch an den Ausfallstraßen in den großen Städten Betondächer aus Schallschutzgründen, weil sie einen erhöhten Schallschutz mit einem normalen Satteldachbereich, mit einem Sparrendach, da werden sie richtig schwer tun. Das heißt also auch diese Bauweise denke ich wird kommen. Ich arbeite auf alle Fälle dran. Zweites Einsatzgebiet, wo es ein bisschen spektakulär für uns war, war hier das Humboldt-Gymnasium. Da wollte die Schulleitung von uns gerne zur Animation der Schüler verschiedene Zitate als Relief in die Wände reingebaut haben. Wir haben dann Matrizen bestellt, haben die bei uns mit in die Wände reingelegt und haben tatsächlich den kategorischen Imperativ von Kant da reingebaselt und solche Sachen. Die sind jetzt in Stein gemeißelt. Also Architektur springt mittlerweile auf das Thema auch an. Sichtbeton ist bei uns ein Riesenthema und es wirklich läuft und ist am Kommen, sodass solche Dinger uns auch mittlerweile bei der ganz normalen Wangenproduktion regelmäßig über den Weg laufen und wir die auch gemanagt kriegen. Ich hatte Ihnen versprochen, dass ich die Unterschiede zwischen der Ortbetonbauweise und der Halbfertigteilbauweise ziemlich kurz fasse. Und das ist tatsächlich diese besagte Folie, die da sehr kurz ist. uns unterscheidet von der Ortbetonbauweise eigentlich nur diese Fuge hier. Wohingegen Sie mit Arbeitsfugen im ganz normalen Ortbetonbau gar kein Problem haben. Die werden abgeschalt mit Streckmetall, da kommen ein bisschen Bewährungsanschlusskörbe rein und dann läuft das. Da gibt es keinen Nachweis für, in der Regel nicht. Die meisten tun sich da auch schwer mit, das überhaupt nachzuweisen. Da wird gesagt, komm, das ist doch rau, das läuft schon. Bei der Halbfertigteilbauweise haben wir eigentlich genau das Gleiche. Wir haben auch eine Arbeitsfuge, das Ding wird vorher gemacht und dieses Ding hier oben drauf wird im Nachgang nachbetoniert. Und wir haben jetzt hier diese Fuge und die Fuge muss halten. Sie haben da, wenn Sie sich überlegen, Sie möchten die Filigrandecke bemessen oder Sie haben die Filigrandecke vor sich, Sie biegen die Filigrandecke durch, dann haben Sie das Problem, dass sich die Schichten gegeneinander verschieben wollen und an der Stelle eigentlich den Verbund lösen wollen. Und dem wirken wir entgegen, zum einen ganz normal durch das Verkleben der Beton, den bauen wir ein auf einer vorgenästen Platte. Das kennen Sie, wenn Sie schon mal auf dem Bau gearbeitet haben, wenn Sie Beton einfach so auf den Bodenplatte draufschmeißen, der klebt dazu erst mal fest. Das ist nicht feste, aber man braucht schon irgendwo leichtes Werkzeug, um den loszukriegen. Je dicker der Klumpen ist, den Sie da liegen haben, den Sie wieder losmachen müssen, umso schwieriger wird es natürlich. Das heißt, Reibung spielt auch eine Rolle. An der Stelle ist der Ortbeton, je nachdem, wie dick der ist, eine 20er Decke, dann haben Sie da oben 14 cm Beton drauf, der wiegt die auch einfach. Das heißt, die Reibung spielt auch eine Rolle. Die nimmt auch schon mal wieder ein bisschen was von der Verbundspannung auf. Und zum Schluss, und dann ist bei uns eigentlich das ganze Thema, warum wir die Gitterträger einbauen, haben wir diese Verbundbewehrung drin. Diese Traganteile sind eher gering, sage ich mal so. Die tun es schon mal ganz gut, wenn die Belastung nicht allzu hoch ist, irgendwann versagen die aber. Aber dann haben wir natürlich irgendwann diese Verbundbewehrung drin, die Gitterträger, und dann hast du wirklich hier mit dem Stahlanteil in der Verbundfuge zu kämpfen und bist da ganz normal im Stahlbau und hast da 28,6, was du überwinden musst. Das ist einfach, das Dinge trägt. Und dann kann man sich überlegen, das Dinge vernadelt man ordentlich mit den Gitterträgern und dann halten die Schichten auch aufeinander. Das ist eigentlich der komplette Unterschied. Wir fahren da mit einem Rechen drüber her, sodass die tatsächlich nicht glatt ankommen. Also wenn sie Bauleiter sind und eine billige Filigran-Decker haben wollen, dann verlegen sie die und dann machen sie ein paar Fotos und dann lassen sie den Filigran-Fuzzi, so wie mich, lassen sie rauskommen und sagen, du, die ist ja viel zu glatt. und dann werden ihnen tatsächlich 30% aller Werke in die Knie gehen und werden sagen, hast du vielleicht recht, bei der Wand noch viel kritischer. Also die Kunst, auch da sind wir wieder in der Beton-Technologie, die Kunst ist, den Beton so einzustellen, dass er trotz dieses Transportvergangs auch im Werk so rau bleibt, dass sie da eine kräftige Verbundfuge haben. Ansonsten, wenn das dann tatsächlich wirklich glatt ist, kann man es natürlich auch noch schön rechnen, indem man sagt, gut, ich nehme diese Traganteile einfach raus. Wenn ich die nicht berücksichtige und nicht ansetze und diese Nadel drin habe, dann habe ich vielleicht eine Möglichkeit, aber wieder gerade zu rechnen. Eine Decke, in der Sand gestrahlt wurde oder Kugel gestrahlt wurde, um den Untergrund vorzubereiten, habe ich in meinem Leben noch nicht erlebt. Also das findet nicht statt. Man kriegt das eigentlich damit gerade gerechnet. Der einen Zentimeter dick gerief noch ein und der alle vier Zentimeter, der fährt wirklich als, der fährt, die Palette fährt unter dem drunter her und der zieht seine Stahlbänder so lang hinter sich her und die tunken da immer ein und machen das schön rau. Trotzdem sind sie da natürlich also, ist ein heißes Thema, aber wenn Sie sich überlegen, bei der Zweitschale der Wand können Sie genau das nicht machen, weil dann liegt da ja die Erstschale drauf und die müssen Sie eben betontechnologisch einstellen. Das heißt, dann Zweitschale fahren wir schon mal mit einem erhöhten Splittanteil, die fahren wir auch mit ein bisschen mehr Wasser und ein bisschen weniger Fließmittel oder Fließmittel in dem Augenblick wo das Bewegung kriegt erst so richtig seine volle Arbeit verrichtet und dann reicht schon das Fahren bei uns über den Hallenboden um dann noch wieder einmal nachzuverdichten und alles zu verlaufen. Aber das ist völlig richtig, ist ein Riesenthema. Ist auch in der WU-Richtlinie Kaufmann-Sandflächenverfahren, kennen Sie das? Also Kaufmann ist ja auch wieder in der neuen WU-Richtlinie gefordert, mit einer mittleren Rauigkeit von 1,2 Millimetern müssen wir mittlerweile einhalten. Das ist nicht leicht. Beton technologisch schon ein spannendes Thema. Ich würde lieber die Zeit nutzen Ihnen noch ein bisschen was von dem Spannungsfeld erzählen in dem wir uns so bewegen so das wirklich richtige Leben und das ist tatsächlich für Halbfertigteil Bauern nicht Erstaunlicherweise sind wir nämlich ganz hinten angesiedelt in der ganzen Baubetriebs Fresskette. Es kommt zuerst ein Bauherr kommt zu einem Architekten und sagt dem Architekten du ich möchte gerne ein Haus bauen. Dann sagt der Architekt das wunderbar ich kann dir das planen. Dann sagt der Architekt irgendwann den Bauherr du hier rechnen kann ich nicht das muss ein Bauingenieur machen den kann ich dir aber besorgen dann sagt der Bauherr wieder super Sache. Wenn dann der Bauingenieur durch ist und der auch eine Statik gemacht hat dann wendet sich der Bauherr an irgendeinen Bauunternehmer dann sagt der Bauunternehmer Häuser bauen da tue ich gerne da tue ich auch viel da tue ich auch gut mache ich und da tue ich und da tue ich kommt dann meistens der Bauunternehmer zum Bauherr und sagt du weißt ich habe einen super Trick wie ich das schneller hinkriege ich nehme filigran Decken und filigran Wände damit geht das 1a und super flott und dann sagt der Bauherr spitze Sache und wenn das für mich auch noch schön billig ist dann machen wir das so und dann kommt der Bauunternehmer bei uns an und sagt hier hast du eine Statik in der die Halbfertigteil Bauweise nicht berücksichtigt wurde und hier hast du eine Architektur die häufig noch immer so aussieht und jetzt mach mal am Ende des Tages kommt er dann noch mit einem Heizungs Lüftung Sanitär Plan um die Ecke und sagt mir dann du die ganzen Löcher brauche hier auch noch da drin und der Elektriker will auch noch ein paar Deckendosen haben heißt also wir sind da ich sitze mit der Pläne wie gesagt die Planqualität ist bei uns nach wie vor nicht unregelmäßig die geht tatsächlich nach wie vor ein ich sitze da und überlege ich mir was mache ich jetzt daraus der Statiker hat keine filigranen Decken gerechnet der Statiker hat auch nicht berücksichtigt dass direkt neben den Stützen irgendwelche Heizungsrohre runterkommen und die Stütze da durch tanzt ebenso wenig hat der vielleicht berechnet dass der Balkon von unten nicht gedämmt wird und dass da ein Iso-Korb reinkommt und wir fangen an den ganzen Kladderadatsch von hinten aufzurollen und dem Bauunternehmer der dann ja unser Kunde ist zu sagen du musst mir das liefern du musst mir das liefern du musst mir das liefern und das Ganze mit sechs Wochen Vorlaufzeit obwohl die am Bau beteiligten Bauunternehmer Architekt und Bauherr vielleicht schon ein Jahr lang an dem Dinge herum behaseln da ist also das ist für uns dann an der Stelle schon meistens oder häufig nervend dass dann aufgrund dieser Planunterlagen die bei uns reingehen von uns dann erwartet wird filigranen Decken und filigranen Wände zu zeichnen die ja rein planerisch bei uns auch auf einen Zentimeter passen sollen und die bei uns ist es halt so du kannst es zeichnen kannst du nur exakt kannst du nicht an der filigranen Decke für den Leitrechner dran schreiben machen wir die mal ungefähr 599 entweder ist die 599 oder die ist 599 bei uns ist das aber dann tatsächlich exakt und exakt ist dieses Ding ja hier weiß Gott nicht also da kannst du alles drauf bauen und das ist ja interpretationswürdig das heißt also wir sind eigentlich an der Stelle dass das ganze Thema BIM was zurzeit durch alle Kanäle getrieben wird und was was akademisch auch im großen Stile begleitet wird den Stand im freien Feld antrifft das ist der Stand mit dem wir in Deutschland nach wie vor planen nicht immer aber immer wieder wenn man sich dann überlegt dass BIM für öffentliche Ausschreibung eigentlich war es mal angedacht in 2010 war es glaube ich dass die BIM Methode in 2019 für öffentliche Ausschreibung verpflichtend sein sollte dann sind unsere Partner aus der Architektur da nach wie vor weit von weg bei uns ist das gar kein Problem wir zeichnen alles 3D wir konstruieren alles 3D hatte ich ja eingangs erzählt wir bauen damit Robotern die brauchen die Höhen die brauchen die Volumina das liegt bei uns in den Daten alles vor wie gesagt die am Bau beteiligten hängen an der Stelle etwas sodass das für uns derzeit noch ein noch ein echtes Problem ist zweites Problem um hier nicht zu viel auf die Architektur herum zu hacken ist sind die Kollegen von der konstruktiven Seite auch der normale Statiker ist es gewohnt sich mit der Halbfertigteil Bauweise nicht auseinander zu setzen der rechnet seine Konstruktion als Ortbeton Bauweise und wird weil es für ihn angenehm ist die komplette Umbemessung immer bei uns Fertigteil und lassen machen wir auch gerne können wir auch ist auch gar kein Problem führt nur dazu dass der Statiker natürlich eigentlich seinem Auftrag seinem Dienstverhältnis seinem Dienstvertrag nicht hundertprozentig gerecht wird weil der Statiker schuldet seinem Auftraggeber ja am Ende den Erfolg der schuldet dem nicht eine Garage oder nicht eine Decke oder irgendwas sondern der schuldet tatsächlich vertragsrechtlich zuerst mal den Erfolg das heißt eigentlich muss er alles tun was was unter seiner Ägide läuft alles dafür tun dass das Projekt ein Erfolg wird würde eigentlich meiner Ansicht nach auch einschließen dass er sich tatsächlich mit der Halbfertigteil Bauweise wo er ja weiß dass die sowieso hinterher kommt weil die kommt in 80% aller Fälle wo er das weiß sollte er sich eigentlich mit der Halbfertigteil Bauweise auseinandersetzen weil er gibt da ein paar Kniffs und Tricks wie man den Meerstahl Montage den im Rahmen zu halten und für sich auch nutzbar zu machen stattdessen kriegen wir derzeit verstärkt oder sind wir bei diesem BIM Konzept Statiken in 3D auf den Tisch ist hier eine Statik von einem Gesamtgebäude das ist CAD technisch erfasst als 3D Modell und dann sind da auf die verschiedenen Ebenen und auf die verschiedenen Außenwände die verschiedenen Lastfälle gesetzt wurden und am Ende soll dann der Rechenkern sagen was man in den verschiedenen Elementen reinzubauen hat läuft nicht so richtig deswegen hat uns der Statiker in den Vorbemerkungen seiner Statik den Passus da reingehauen da steht quasi drin da brauchen doch nicht alle zu lesen da steht quasi drin wir machen das hier zum ersten Mal so oft haben wir das noch gar nicht gemacht und was da raus kommt wissen wir auch so richtig noch nicht müsst doch mal gucken also das steht da so quasi drin also das und genauso lief das Bau vorhaben auch ab ich meine das war ja tatsächlich keine kleine Kiste also war auch nur ein Teil von dem Bau vorhaben aber genauso lief das am Ende des Tages haben sie damit zu kämpfen dass da noch in der in den weiteren Vorbemerkungen drin steht dass die Gründung als Weiße Wanne ausgeführt werden soll die Weiße Wanne sollte nach WU Richtlinie gebaut werden gleichzeitig ist noch ein bisschen was über den Rissbreitennachweis gesagt der Rissbreitennachweis ist eigentlich nach der neuen der Rissbreitennachweis ist eigentlich nach der neuen nach der neuen WU Richtlinie gar nicht mehr zielführend heutzutage baut man mit verminderten Zwangsbeanspruchungen und baut deswegen eigentlich Sollriss Schienen ein steht hier also auch einfach mal so drin weiter geht's dann hat er uns auch noch vorgegeben wie wir unsere Stoßfugen auszubilden haben nämlich biegeweich hat er extra hier dieses Kästeken drumherum gesetzt hat sich also viel Mühe gemacht ist eine Abbildung glaube ich aus dem Lohmeier Ebeling weiße Wanne einfach und sicher hat er also tatsächlich reinkopiert bei sich gleiches hat er sich für Wandanschlüsse noch gedacht auch alles immer schön biegeweich und am Ende sein Statikmodell gab das raus alle Wände waren als Scheiben gerechnet da ist nichts biegeweiches dran das ist also alles biegesteif die komplette Kiste sodass der Statiker an der Stelle tatsächlich stramm an der Wirklichkeit vorbeigeplant hat weil wir die Halbfertigteil Bauweise schon im Auftrag hatten gleichzeitig hat er die WU-Richtlinie novelliert könnte man sagen aber das würde sicherlich nicht in Druck gehen weil das war tatsächlich alles Mist hieß am Ende des Tages als wir in das Bauform eingetreten sind waren wir an dem Stand dass komplett alles neu aufgerollt werden musste und an der Stelle die ganze Arbeit eigentlich für die Katz war erstaunlicherweise war das ganze Ding auch beim Prüfingenieur zuvor durchgegangen der hatte alles abgehakt und war damit zufrieden das war der das war der Deckennachweis da war bis zu dem Zeitpunkt auch keinem aufgefallen dass da keine Zahlen drinstehen danach planen sie mal eine Decke wenn sie da die Bewährung suchen da suchen sie lange gleichzeitig sind wir da an einem Punkt das würde ich auch einfach mal an die KIler mit rausgeben wollen in der Schule lernt man es ja so in der Massiv-Borg-Klausur man berechnet erforderlich AS und wählt dann und schreibt dann irgendwo als Nachweis drunter gewählt AS größer als erforderlicher ist so war das zu meiner Zeit ich denke das ist heutzutage immer noch so finden sie heutzutage tatsächlich in keiner Statik mehr die Mühe macht sich irgendwie keiner mehr stattdessen kriegen sie finite Elementauszüge und was wir da reinlegen oder nicht reinlegen dann wird uns überlassen also tatsächlich bei einer Filigranen bei einer Decke die infiniten Elementen zu rechnen spielt da nichts spricht nichts gegen da kann man tatsächlich hinterher hier ein paar Pfeile reinmachen und kann reinschreiben AS erforderlich bams dann wissen wir was wir tun sollen nur einfach nur ein finiter Elementausdruck ein finiter Elementausdruck uns an die Hand zu geben mit dem wir dann tatsächlich den wir frei interpretieren können bringt uns eigentlich nicht weiter und damit sind wir dann auch schon beim nächsten Punkt also das ganze Thema lässt einen tatsächlich so zurück da sitzt du manchmal und denkst hier ja was denn jetzt damit sind wir eigentlich beim letzten Thema was ich gerne auch noch für die Baubetriebler ansprechen wollte das ist hier ganz aktuelles dinge 6. November ich hatte eigentlich was anderes ausgesucht aber dieser hier war noch besser da habe ich gedacht nimmst du diesen mit wir hatten eine Statik zu erstellen wir hatten eine Planung zu erstellen für ein kleineres Mehrfamilienhäuschen und kriegten von dem von dem von dem Bauherrn dass ja bei uns viel zu viel Stahl drin wäre und dass das ja alles Mist wäre diese Statik hier kam vom konstruktiven Ingenieur dann diese E-Mail kam dann vom konstruktiven Ingenieur an den und der endete hiermit mit diesem netten Satz also eigentlich muss man so das hier lesen erfahrungsgemäß wird aber seitens der Filigranhersteller nur der in unserer Statik gerechnete Maximalwert herausgesucht und mit Aufschlägen vollfächig verteilt ohne jede Staffelung oder sonstige Bemühungen einer wirtschaftlichen Stahlverwendung wie schon telefonisch erläutert haben wir darauf keinerlei Einfluss doch hat er wohl der kriegt nämlich unsere Pläne der braucht da nur reingucken wenn er so freigibt und sagen tu da weniger rein dann tun wir da weniger rein also keinerlei Einfluss der hatte keinen Bock und gleichzeitig dem Prüfingenieur wird entlastet weil der hat ja keinen wirtschaftlichen Auftrag ganz spaßig an dieser Situation war und dann sehen sie hier in den nächsten Dinge ganz spaßig war an der Stelle also das ging dann noch ein bisschen hin und her dass der Stahl halt das war dass der dass im Vorfeld der Statiker eine Stahlschätzung vorgenommen hatte und wir da total drüber weggeschossen waren führte führte am Ende dazu dass der Statiker eine Aufstellung im Vorfeld gemacht hatte hier verbleibender Stahl für filigran 52 Tonnen die durften wir einbauen insgesamt damit kamen wir auf einen geschätzten Stahlanteil von 21,39 Kilo pro Quadratmeter als ich das schreiben kriegte habe ich tatsächlich da gesessen auf dem Stuhl und habe gedacht was ist denn hier los 21,39 nur fürs filigrane element das ist was viel für ganz normale filigran denken die Schätzung dass da so bis 15 Kilo drin sind 10 bis 15 die der Statiker im Vorfeld gemacht hatte die war gar nicht so verkehrt Lösung von dem ganzen Dinge war dann alle am Bau beteiligten kriegten dann nicht auf Kette eine Produktions Materialliste und eine Abrechnungs Materialliste für das gleiche Bau zu lesen hat dazu geführt die Damen und Herren haben sowohl hier überall wo Kilogramm hinter steht wie auch da überall wo Kilogramm hinter steht stumpf zusammen mattiert und haben nicht gemerkt dass das hier das gleiche ist wie das hier mit einem Aufschlag von 10% bei uns in den AGB steht drin dass wir von der Produktions Materialliste zur Abrechnungs Materialliste 10% Stahlaufschlag haben weil es geht ja bei uns auch mal was in eine Tonne dann sehen wir nicht einen dass wir das bezahlen sondern bezahlt der Kunde macht ja auch Sinn der will ja auch die Decken haben das heißt sie werden feststellen hier zwischen liegen überall immer genau 10% steht bei uns in den AGB auch fett drin hat aber tatsächlich der Bauherr der Statiker der Architekt und der Prüfingenieur irgendwie nicht geschnallt sodass man auch an der Stelle sich natürlich schon die Frage stellt wenn doch die filigranen Decken und filigranen Wandbauweise mit 80% Marktanteil also wirklich 80% 80% aller schlaff bewährten Stahlbetondecken werden in filigran ausgeführt wenn die Bauweise derart sich durchgesetzt hat warum tut denn dann niemand mal in der Bauindustrie was dafür das Zeug einfach mal zu lesen wäre doch so einfach sodass an der Stelle wie gesagt auf diese Idee dass da jemand das alles doppelt abrechnet bin ich auch gar nicht gekommen zuerst nur die 21 was weiß ich waren etwas viel und da habe ich gesucht ich habe da einen halben Tag drin vor Plemport um nachzugucken wie viel denn wirklich drin ist bin auf 32 Tonnen gekommen und das war ja auch genau das oder war noch unterhalb von dem der Statiker hat mir 52 Tonnen gesagt darfst da haben sodass eigentlich das total schade ist dass unsere Bauweise an der Stelle von der von der kompletten Industrie ignoriert wird als letztes komme ich noch ein bisschen zu den Folgen der Bauweise auch da immer ein Ärgerung ist für uns natürlich sie haben Risse kann man hier noch ein bisschen sehen derjenige der gerufen wird das bin ich also beziehungsweise unsere Firma die rufen dann auch nur sagen du deine filigran Decken sind schadhaft die haben ja Risse das erste was ich immer sage du die hast du bestellt die hast du geliefert gekriegt und die hast du auch bezahlt wir sind total im Reinen weil alles unter 0,3 gehört ja nun mal dazu da lasst sich der normale Bauherr und vor allen Dingen die normale Bauherrin an der Stelle lässt sich davon nicht beruhigen also das ist tatsächlich so dass ich musste mal zwei Tage vor Weihnachten rausfahren ich habe das glaube ich erzählt da war Holland in Not dann ist das nicht schön wenn das Bauamt sagt vielleicht muss sie ausziehen also wie gesagt auch diese Risse für die Bauleiter aber auch für die konstruktiven die sind in Ordnung machen sie nichts raus das kommt in den besten Familien vor ist eine Karte die mir meine Tochter geschickt hat um sie sich danach selbst ans Schlafzimmer zu tackern passt aber zu uns halbfertig Teilhorn eigentlich zum jetzigen Zeitpunkt noch ganz gut weil wir sind tatsächlich leider nach wie vor neben der Spur die Spur rauscht an uns vorbei aber wie gesagt bei uns ist auch schön